Guten Tag und willkommen zu unseren News im Licht der Bibel. Die Olympischen Sommerspiele Paris, die vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 stattfanden, sind Geschichte. Nach einer zweieinhalbwöchigen Pause sollen am 28. August die Paralympischen Sommerspiele starten, die bis zum 8. September andauern werden. Anlass für ein zwischenzeitliches Resümee. Paris 2024 hat die Herausforderung angenommen, die Spiele neu zu denken, zu revolutionieren und dennoch für ein breites Publikum zugänglich zu bleiben. Mit einem klaren Bruch mit der Tradition wird die Eröffnungszeremonie von Paris 2024 besonders originell und einzigartig sein. Diese Zeremonie verspricht einer der unvergesslichsten Momente der olympischen Geschichte zu werden, auch durch ihre zahlreichen Neuerungen, kündigte die offizielle Webseite olympics.com vor Beginn der Spiele an. Neu war tatsächlich, dass die Eröffnungszeremonie diesmal nicht in einem Stadion, sondern mit der Tradition brechend außerhalb eines Stadions stattfand. Eine Parade von Schiffen fuhr mit den Athleten auf der Seine entlang. Die 300.000 Zuschauer säumten die Ufer und Kais der Seine. Für die Sicherheit der olympischen Spiele sollten die täglich patrouillierenden 35.000 Polizisten und 18.000 Soldaten sorgen. Für die Eröffnungszeremonie waren sogar 45.000 Polizisten mobilisiert worden. 7,7 Milliarden Euro waren im Vorfeld an Kosten für die gesamten Spiele veranschlagt worden. Am Ende war es die doppelte Summe. Die Zahl der Besucher wurde mit 15 Millionen angegeben. So imposant sie auch sein mögen, sind es aber nicht diese Fakten und Zahlen, welche die Schlagzeilen der Reportagen über die olympischen Sommerspiele bestimmten. Schon bei der Eröffnungsfeier gab es eine Szene, die weltweite Proteste auslöste, weil sie an Leonardo da Vinci's berühmtes Gemälde das letzte Abendmahl erinnert, das das letzte Mal von Jesus Christus mit seinen Aposteln darstellt. Bei der Eröffnungszeremonie wurden die Apostel demnach von Dreck-Queens verkörpert, sowie einem Transgender-Model und einem fast nackten Sänger. Die Proteste kamen demnach nicht nur vom Vatikan Meloni und Trump, der die Szene als Schande bezeichnete, von Elon Musk und dem spanischen Fußball-Liga-Chef Javier Trebas, sondern auch von islamischer Seite. Zunehmende Proteste gegen Verspottung religiöser Werte bei Eröffnung der olympischen Spiele in Paris, so die internationale Koran-Nachrichtenagentur IGNA. Und die Frankfurter Allgemeine konstatiert, wer die Eröffnungszeremonie der olympischen Spiele in Paris verfolgte und einigermaßen über Stilempfinden verfügte, konnte nur den Kopf schütteln. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sakharoba, meinte, die Eröffnungsfeier sei zu einer Verspottung der Christen und zu einer Gay Pride Parade verkommen. Zitiert der Spiegel. Auch wenn das Olympia-Organisationsteam die Kritik zurück und auf die Kunst- und Meinungsfreiheit verwies, sowie darauf, dass inkludiert und nicht ausgeschlossen werden sollte und dass es ja eigentlich um Feste der griechischen Mythologie gegangen sei. Eine solch internationale und breit gefächerte Kritikquelle an einer Eröffnungsfeier hatte es in der Geschichte der olympischen Spiele noch nie gegeben. Vom Organisationsteam wurde später behauptet, dass das Vorbild für besagte Szene gar nicht Da Vinci's Abendmahl gewesen sei, sondern das Festmahl der Götter des Jan-Harmens von Billard von 1635. Allerdings berichtet das Newsportal The Wrap von einer ihnen zugespielten Erklärung der Produzenten von Paris 2024, dass die Szene tatsächlich von Da Vinci's berühmten Gemälde inspiriert sei. Eine Verdrehung der religiösen Symbolik, die von der christlichen Rechten als Verhöhnung von Jesus Christus angeprangert wurde. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten, konstantiert Paulus in Galater 6, Vers 7. Diese bittere Erfahrung musste Frankreich in der Vergangenheit bereits machen. In dem Bestseller Vom Schatten zum Licht, einem geschichtlichen Abriss der Zeit nach der Zerstörung Jerusalems, wird dieses Szenario ausführlich beschrieben. Als Land, welches die Reformation ablehnte, öffnete es damals dem Atheismus Tor und Tür. Frankreich ist die einzige Nation der Welt, von der der authentische Bericht vorliegt, dass sie als Nation ihre Hand in offener Empörung gegen den Schöpfer des Weltalls erhoben hat. Frankreich steht in der Weltgeschichte als einziger Staat da, der durch einen Erlass seiner gesetzgebenden Versammlung erklärte, dass es keinen Gott gebe. Frankreich zeigt auch die Merkmale, die für Sodom besonders charakteristisch waren. Während der Revolution hatte die Moral im Land einen Tiefstand erreicht, der jenem glich, der die Zerstörung der Städte in der Jordan-Ebene auslöste. In keinem Land der Welt wurde die Feindschaft gegen Christus auffallender gezeigt. Nirgendwo stieß die Wahrheit auf erbitterteren und grausameren Widerstand. Durch die Verfolgung der Bekenner des Evangeliums in Frankreich wurde Christus in der Person seiner Jünger gekreuzigt. Die Vertreibung der protestantischen Elite, der Huguenotten, glich einem wirtschaftlichen und moralischen Aterlass, von dem sich das Land nie wieder erholen sollte. Bis heute ist das Land gespalten und von Protesten durchzogen wie kaum ein anderes Land dieser Erde. Dass auch das Wasser der Säen nicht so sauber war, wie es sein sollte, ein führender Wasserprüfer mit seinen Daten ignoriert wurde und folgerichtig mehrere Athleten an E. coli-Bakterien erkrankten, ging unter einem weiteren Skandal fast schon unter. Männer im Frauensport, wo ist die Fairness geblieben? Und das war's dann wohl mit dem Frauensport. So lauten nur zwei Überschriften, die sich des Themas annehmen. Ausgelöst wurde der Eklat durch die Teilnahme von Iman Khalif aus Algerien und Lin Yuting für Taiwan, die sich mit Leichtigkeit zur Goldmedaille geboxt haben. Sie selbst definieren sich als Frauen. Allerdings waren beide Boxerinnen nach bisher nicht näher spezifizierten Geschlechtertests vom Verband IBA, von der WM 2023 ausgeschlossen worden. Beide hatten laut IBA die erforderlichen Teilnahmekriterien nicht erfüllt und im Vergleich zu anderen weiblichen Teilnehmern Wettbewerbsvorteile gehabt, berichtet der Standard. Und der Spiegel ergänzt, bei DNA-Tests sei bei beiden Boxerinnen das Y-Geschlechtschromosom festgestellt worden, erklärte damals Uma Kremlev, Präsident der IBA. Frauen werden in der Regel zwei X-Chromosomen zugeschrieben. Trotzdem stiegen Iman Khalif und Lin Yuting bei Olympia 2024 in den Ring. Angeblich wegen Misswirtschaft und Korruption war die IBA schon 2019 vom Internationalen Olympischen Komitee suspendiert worden. Für die Wettbewerbe in Paris ist daher kein Boxverband, sondern eine IOC-Taskforce verantwortlich. Sie richtet sich beim Geschlechterathletinnen nach dem Reisepass. Allerdings beruht beispielsweise der Reisepass von Iman Khalif auf einer Geburtsurkunde, die erst im Jahr 2018 ausgestellt wurde und damit 19 Jahre nach ihrer Geburt. Und das IOC hat sich in Sachen Korruption ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckert. Unter der Schlagzeile Inklusion und Fairness schließen einander aus, veröffentlicht der Spiegel am 9. August 2024 ein Interview mit dem Sportphysiologen Tommy Lundberg. Dieser sagt, wir lassen keine 10-Jährigen gegen 16-Jährige antreten oder im Boxen ein Schwergewicht gegen ein Leichtgewicht. Das wäre unfair. Und deshalb gibt es auch die Geschlechterkategorien. Und unter dem Titel schützt endlich den Frauensport, kommentiert ebenfalls für den Spiegel Thilo Neumann. Der Verdacht, Khalif und Lin seien biologische Männer und dürften damit nicht in der Frauenkonkurrenz starten. Treffe er zu, so wäre es schlicht Wahnsinn, Khalif und Lin gegen Kontrahentinnen in den Boxring zu schicken. Studien legen nahe, dass die durchschnittliche Schlagkraft von Männern, welche die männliche Pubertät durchlaufen haben, um 162 Prozent höher ist als bei Frauen. Allein aus Sicherheitsgründen ist es also unabdingbar, Männer auszuschließen, um Frauen zu schützen. Niemand, auch nicht der verbohrteste Gender-Aktivist, dürfte das ernsthaft anzweifeln. Solche körperlichen Vorteile dürften nicht wegnegiert werden aus falscher Rücksicht vor identitätspolitischen Befindlichkeiten. Die zunehmende Toleranz und Öffnung für gesellschaftliche Vielfalt habe Grenzen. Der Sport ist zu Recht unterteilt in biologische Frauen und Männer. Nur so ist es uns als Publikum möglich, weibliche Exzellenz im Sport zu erkennen und zu feiern. Die Gender-Debatte überholt sich selbst auf der Innenbahn. Die Frage, ob Geschlechterkategorien auf biologischen Merkmalen beruhen, wird durch den Sport klar bestätigt. Auch im geistlichen Leben gilt es, einen Sieg zu erringen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Jene laufen, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So steht es in 1. Korinther 9, 24 und 25. Wahre Inklusion gibt es nur bei Jesus Christus. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. So steht es im Galater 3, 28 und 29. Im Kampf um die Siegeskrone, die zum Himmelreich berechtigt, gibt es keine Ungerechtigkeit, keine Benachteiligung. Stattdessen gibt es die Unterstützung und das Fürsprechen des Königs der Welt, des Herrn der Herrscharen. Diesen Kampf lohnt es wirklich aufzunehmen, zu kämpfen und zu gewinnen. Gott segne Sie darin reichlich. Danke fürs Zuschauen bei unseren News im Licht der Bibel. Auf Wiedersehen.